Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Mein Gast, mit dem ich heute die dritte Sendung mache, hat in einem Satz gesagt, du lebst nur einmal, aber dafür ewig. Und deshalb möchten wir uns heute mal explizit mit der Illusion Tod auseinandersetzen und mit ihm eine Sendung machen. Wer da ist, sage ich Ihnen gleich nach dem Intro. Ja, da sind wir wieder und da darf ich Ihnen meinen Gast jetzt auch zeigen. Er ist ein Dokumentarfilme-Macher, hat über 25 Dokumentarfilme gemacht. Er reist die ganze Welt, um ein bisschen die Mysterien des Lebens zu dokumentieren, für Sie zu Hause und für uns alle. Und da ist er, der Nepu Mukmeyer, mit AI geschrieben. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ebenfalls, ja. Weisst du, jetzt reden wir über Illusion Tod. Ich glaube auch, dass es eine Illusion ist. Ich bin aber mal gespannt, wo die Reise mit dir hingeht. Aber es ist wichtig, dass wir uns zu Lebzeiten auch mal mit dem Tod beschäftigen, um auch ein bisschen die Angst davor zu verlieren. Denn es ist todsicher, dass das irgendwann mal so ein Thema wird. Ja, es kommt in den besten Familien vor. Ja. Und die ersten Argumente, wenn man mit dieser Arbeit beginnt. Ich habe ja, ich habe mir eine Sendung gemacht, da habe ich ja schon erzählt, wie meine Reise begonnen hat, zu diesen Dingen, zu diesen Phänomenen, um die Welt zu reisen, mit Wissenschaftlern zu sprechen, über ihre Erkenntnisse, die jenseits, so wie es mir in diesem Mainstream liegen, wobei es aus dem Mainstream kommen. Und da ist natürlich das Thema Tod ein Thema, das uns alle betrifft. Früher oder später. Und bei diesem Weltbildwandel, den ich durchmacht habe in den letzten sieben, acht Jahren, meinen Recherchen und meinen Dreharbeiten, hunderte von Wissenschaftlern kennengelernt, tausende von Menschen mit ihren Geschichten erlebt und Dokumente gelesen, wo ich sagte, das kann ja gar nicht sein, wieso weiß hier oder wieso wird das in der Öffentlich-Rechtlichen hier nicht so kommuniziert, was hier die Wissenschaft tatsächlich schon weiß. Das hat mich ein bisschen schockiert, aber ich habe gesagt, okay, dann werde ich diesen Partner mal versuchen zu übernehmen und hier mal ein bisschen Aufklärungsarbeit, zumindest aus meiner Sparte, wie ich das sehe und wie diese Wissenschaftler, die ich aufgesucht habe, was die gefunden haben. Und das, was sie gefunden haben, das hat mit dem derzeitigen Weltbild eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Das geht auch über die Religionen etwas ein bisschen hinaus. Und zwar haben die gefunden, dass diese Realität, die wir hier so als physisch sehen, eigentlich gar nicht gibt. Das ist, wenn ich mehrere wie Jim Eldridge oder Tom Campbell und so weiter als Physiker, die auch Experimente machen, um zu beweisen, dass es keine physische Realität gibt, die sind bald fertig damit und sagen, okay, das ist nur eine Art Spielumgebung. Unser Bewusstsein, das hier in diesem Körper, in diesem Avatar, in diesem Spiel hier geboren wird, aufwächst und hier, sage ich mal, seine Erfahrungen macht, ist eigentlich in Wirklichkeit gar nicht im Spiel, sondern eigentlich außerhalb. Dieses Spiel, so wie der Computerspieler, der vor seinem Bildschirm sitzt und seine Figur da drin bewegt, aber nicht selber in dem Spiel drin ist. Und dass dieses Bewusstsein, das kein Phänomen ist, das von unserem Körper erzeugt wird, sondern eher sowas eben, das Gehirn eher sowas wie ein Radioresiefer ist, jetzt ist das Bewusstsein einfängt und modelliert. So ist dieses Selbst am permanenten Zulernen, mit Aufgaben zu lösen. Und die Inkarnation, auch das Thema, da versucht man mal ein paar Wissenschaftsgebiete aufzumachen, und man sagt, woher weiß man denn, dass der Tod eine Illusion ist. Also physisch ist ja, wenn wir sagen, hier stirbt jemand, dann ist natürlich hier in dieser Spielfigur kein Leben mehr drin, aber das Bewusstsein, das hier drin war, das ist schon unexistent. Darf ich ganz kurz, ich habe mich das ja auch schon gefragt, wenn du nämlich schläfst und träumst, frage ich mich manchmal auch, bist du im Traum, in der Realität und hier eigentlich in der Fiktive, in der Traumwelt materiell, was ist real, was ist nicht real? Ja, es gibt eigentlich überhaupt keine reale, es gibt keine physische Realität. Es sind alles nur unterschiedliche, ewige Spiele. Es gibt unendliche von diesen Spielen. Jedes Spiel hat andere Naturgesetze. Außerhalb des Spiels bist du ein Teil von einem gesamten Bewusstsein. Man könnte es Gott sagen oder weiter, wie auch immer, wie man das nennen will, oder Bewusstseins-Cloud. Wir sind ein Teil von einem Gesamtbewusstsein, das Erfahrung macht in einem Spiel. Und das kannst du ja nur im Spiel. Du kannst ja nur hier etwas begreifen, weil hier gibt es etwas zu begreifen. Außer im Spiel ist es nur Licht und Liebe und du hast keine Wünsche. Action ist nur im Spiel. Hast du die Arbeiten von Professor Dr. Klaus Vollkammer auch mal gesehen? Ja, ich habe auch in Interviews, in seinen Wiege-Experimenten, der sagt, wenn du nachschlafe, dann geht es um 650 Gramm mit dem Körper, dann leichter. Und wenn ich aufwache, ist das Gewicht wieder zurück. Ja, erzähl, wie soll man sich das erklären? Warum ist das nicht ein Aufruhr gewesen, die ganze Welt hindurch? Weil er hat ja das alles sauber dokumentiert. Ja, beginnen wir doch einmal nicht beim Klaus Vollkammer, sondern gehen wir einmal zurück in die Reinkarnationsforschung. Es gibt mehrere Wissenschaftler auf der Welt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Einer, der den Grundstein eingelegt hat, war der Ivan Stevenson. Einer, der hat 3000 Reinkarnationsfälle zusammengetragen, weltweit. Einen habe ich noch kennengelernt, der auch mitbeauftragt war, das war der Professor Erlendur Haraldsen aus Reykjavik, der ist vor zwei Jahren verstorben. Der hat mit seinem Kollegen Kallis Osis in Indien und Sri Lanka Reinkarnationsfälle zusammengetragen, also Kinder, die sich an frühere Leben erinnern. Und zwar nicht nur an ein paar Sachen, sondern bis zu 30 Positionen. Wo haben sie gelebt? Wie war die Familie? Wie war die miteinander? Wie haben die geheißen? Wo sind die Schlüssel versteckt fürs Haus? Genau, die Schatztruhe und und und. Und teilweise die Narbe noch, wo der Tod, also Lastwagen überfahren oder sowas. Auch diese Dinge, und zwar 3000 von diesen Fällen. Also wenn man diese Bücher liest, ist es eigentlich überhaupt kein, da wird es schwierig, etwas anderes zu interpretieren. Dann gibt es die Nachfolger, den Jim Tucker, der auch das weitergemacht hat mit Kindern, weil die die schneller erinnern. Man weiß, dass die Kinder sich bis zu sieben, siebeneinhalb Jahren relativ gut erinnern können. Dann wird das überschrieben und dann ist man hier in dieser Realität, in diesem Spiel gut angekommen. Also Reinkarnationsforschung haben wir. Dann haben wir das Thema der Nahtodforschung. Da hat ja Raymond Mully, den habe ich in Paris interviewt, auch in Dr. Eben Alexander, der schon in den 70er Jahren das Buch geschrieben hat, Live after Live, 50 Millionen Mal verkauft und hier Fälle zusammengetragen haben von Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten und sagen, wow, ich bin ja gar nicht mein Körper, ich bin ja außerhalb des Körpers, kann ich mir noch denken und fühlen. Ich wechsle dann in, ja, die Dimension, ich gehe dann in so eine Art Lichttunnel und dann bin ich plötzlich in einer anderen Existenzebene. Und da kann ich mir dann meinen Lebensfilm noch anschauen oder ich kann mir irgendwelche anderen Wesen mit mir sprechen oder Verwandte oder Verstorbene und die sagen, okay, du kannst hinbleiben oder du kannst hier nicht bleiben, du musst wieder zurück und so weiter und so fort. Und da gibt es Milliarden von Menschen, die mittlerweile eben über Nahtoderfahrungen sprechen. Dann eben auch, der von Saulus zum Paulus geworden ist, eben den Eben Alexander, der hat das Buch geschrieben, Blick in die Ewigkeit, A Proof of Heaven in Englisch. Und da habe ich auch mehrmals schon in meinen Dokumentationen drin, der sich als Neurochirurg auch zu seinen Klienten gesagt hat, ach, das mit diesem Nahtod, das ist alles nur Hirngespinst und Botenstoffe und so weiter und so fort. Und bis er selber eben eine Nahtoderfahrung hatte, wo man gesagt hat, okay, der Mann hat einen sicheren Gehirnschaden, der ist im Koma und den schalten wir jetzt ab. Und dann kam er wieder zu sich und war innerhalb von weniger Zeit wieder völlig normal. Wo die herzlich gesagt haben, das geht gar nicht. Das ist ja völlig unmöglich, dass der wieder genesen ist und berichtet jetzt über das, was er im Jenseits erlebt hat. Und da gibt es unzählige, ja auch Psychologen, Psychiater, die über ihre Arbeit, wie den Brain Weiss, der auch vom Saulus zum Paulus geworden war, Chefpsychiater in einer Universität und hat auch mehrere Fälle gehabt. Ein Beispiel, ein junges Mädchen kommt schon im Koma, weil sie Drogen genommen hat, in die Klinik und der sollte bei der Visite sagen, okay, dieses Mädel ist ja noch im Koma, da komme ich morgen wieder, mit der zu sprechen und die zu dir und geht wieder. Er war aber in der Früh beim Frühstücken und hat sich eine Suppe gegessen und hat sich seine Krawatte abgekleckert. Und dann hat er zugemacht, damit es keiner sieht, weil er ja gleich Visite hatte. Am nächsten Tag ist die Dame natürlich aufgewacht, auch wieder bei der Visite und dann sagt die Dame zu ihm, Mensch, Sie waren ja gestern schon bei mir, Sie haben sich die Krawatte hier gestern, sage ich mal, beim Essen ab. Also das können Sie gar nicht wissen, wie Sie das gehen. Das weiß ja nur ich. Etc. Und dann hat er praktisch immer wieder mehr Fälle bekommen und hat festgestellt, wow, das ist ja unglaublich und ist praktisch auch über diese Recherchen dazugekommen, dass die Menschen tatsächlich Informationen bekommen in einem Zustand, wo sie gar nicht mehr bewusst sein sind. Da gibt es auch eine Institution, IA und ES, also International Niertodstudiengesellschaft, die weltweit agiert und diese Fälle zusammentragt und mit dem Klienten, Patienten dann spricht, also Nahtoderfahrungen. Dann haben wir Fälle, die so unglaublich sind, aber auch dokumentiert werden. Ich hatte selber mehrere Menschen, die zu mir gekommen sind und zum Vortrag und sagen, Herr Mayer, stellen Sie sich vor, wir haben unseren Großvater beerdigt. drei Tage nachdem Leute jetzt an der Haustüre gehen raus und mir steht draus, der Großvater. Die ganze Familie sieht den Großvater, der sagt, da will ich nicht reinkommen. Dann haben wir den genommen, gedrückt, dann hatte der im Volumen aber kein Gewicht. Dann haben wir mit dem zwei Stunden gesprochen, dann ist der dreimal gekommen. Und da habe ich, ich weiß nicht, wie viele von diesen Fällen, die kommen dann und sagen, können Sie das erklären? Wir sind völlig durch den Wind. Da gibt es eine Forscherin, die auch über diese Phänomene, auch mit Hospizen und mit Krankenhäusern zusammenarbeitet, das ist der Evelin Elsässer. Die hat zum Beispiel die ganzen Nachtod-Kommunikationsfälle oder viele davon dokumentiert. Die sagt, zwischen 50 und 70 Prozent, wenn jemand verstorben ist, kommt es zu einem sogenannten Nachtod-Kontakt. Man hört Schritte im Haus, es geht plötzlich der Fernseher oder der Radio an, das Licht geht raus, man hört Schritte, die Haustür wird aufgesperrt, wird er zugesperrt, es kloppt am Fenster, obwohl praktisch ist eine Chalosin hier unten bis hin zur Vollmaterialisation. Alle diese Dinge, ich habe eine Dame im Bayerischen Wald, bei der hat es am drei Uhr oder früh das Telefon geläutet, das war nicht ungewöhnlich, weil sie hatte Untermieter, sie hat ein größeres Vermieterhaus gehabt und geht natürlich daran und sagt, vielleicht ist irgendwas. Geht ran, aber ist niemand dran. Dann weiß ich schon, ah, die hat öfter so die Sachen erlebt und sagt, wenn da niemand dran ist, dann passiert vielleicht gleich irgendetwas. Was sage ich? Es steht dann mitten im Schlafzimmer ihr verstorbener Mann, der ist vor vier Jahren, also zu diesem Zeitpunkt, waren sie vier Jahre zurück, mit seinem Motorrad verunglückt und hat noch zwei kleine Kinder, voll materialisiert in dem Schlafzimmer, spricht die Frau an und sagt, die war völlig, völlig verbrechst, was machst du hier, wo kommst du her? Ah, das verstehst du nicht und so weiter. Kannst du überhaupt hier, darf man das überhaupt? Ja, ich habe gefragt, in bestimmten Situationen darf man das? Und die sollte wieder anrufen, er wollte am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen, einen Tag, weil es hat ihm gefehlt. Ich kann doch da nicht anrufen, dass du wieder einen Tag in die Arbeit gehst. Das ist völlig, also die haben da diskutiert, die haben sich auch dann um Abend noch geküsst, und hat ihn dann doch tatsächlich überredet, er sagt, okay, dann spielst du bitte noch mit den Kindern. Dann hat er noch ein bisschen Morgengrauen mit den Kindern gespielt und dann hat er es wieder aufgelöst. Und die trauen sich aufgrund von diesen Sachen, die ich jetzt mache, plötzlich mit diesen Geschichten an die Öffentlichkeit. Und das ist schon auch mutig, wenn eine Frau in so einem kleinen Dorf so eine Aussage macht, in den Sendungen, wo jeder weiß, wer das ist. Da gehört schon auch Mut dazu. Also wie gesagt, tausende von solchen Fällen Nachtodkontakte. Nachtodkontakte über Technologie, wir haben ja schon angesprochen, über diese instrumentelle Transkommunikation, über die Forschungsarbeiten von Dr. Geri Swartz, der das Soulphone gerade, sage ich jetzt mal, marktreif entwickelt, der sagt, wir können jetzt zu 100 Prozent, zu 99,99 Prozent beweisen, dass es einen Jenseits gibt und mit dieser Technologie können wir dann mit dem Verstorbenen kommunizieren. Die Arbeiten von Hans-Otto König, von Ernst Senkowski, von Dr. Sonja Ninaldi, die alle Techniken haben, wo sich die Verstorbenen bildlich und tonmäßig zeigen. In den 80er Jahren waren sehr viele, da gibt es auch mehrere Bücher darüber, Verstorbene, die sich bei Telefonen wieder gemeldet haben. Das wurde ja auch mit aufgezeichnet, mehrere von diesen Aufzeichnungen. Auch bei Telefonen, die kaputt waren, weil der Code nicht mehr da war, das zu entsperren vom Mann. Plötzlich klingelt das und da ist der verstorbene Mann dran. Das musst du als Frau erst einmal wegstecken. Man muss dir immer sagen, wer sortiert mir das? Das gibt es ja in unserem Weltbild alles gar nicht. Alle diese Phänomene, also Reinkarnation, Nachtodkontakt, über, über, ja, was man erlebt, wenn sich jemand materialisiert oder über die innensitimelle Transkommunikation, alle diese Phänomene und dann gibt es noch diese anderen Phänomene, die nicht passieren dürften. Wenn zum Beispiel, man liegt immer jemandem im Sterben und der war zum Beispiel schon zehn Jahre dement und der ist gar nicht mehr ansprechbar. Und plötzlich, kurz vor seinem Tod, zehn Minuten, halben Tag, da weiß man nicht ganz genau, wie die Zeitspanne ist, kommt es mir immer wieder vor, dass der plötzlich völlig klar wird, man spricht hier von terminaler Geistesklarheit, der kennt wieder alle Menschen, der weiß, was läuft, der diktiert vielleicht nur sein Testament und dann stirbt er. Dann sagt die Wissenschaft ja entweder, ist das Gehirn defekt oder nicht? Es kann nicht sein, dass plötzlich kurz vor dem Tod wieder normal ist. Diese Dinge werden alle dokumentiert, die werden alle aufgezeichnet. Es wird alles, oder ich habe Fälle von Menschen, die Dinge können, die man gesagt hat, das kann man gar nicht. Ich habe einen Fall, das ist dokumentiert in einem amerikanischen Ärzteblatt 1971, BAM-Blatt glaube ich 282 bis 297, irgendwie sowas, und zwar ein Experiment von der Universität London mit der Universität Neudele, die haben so einen Yogi untersucht. Und man wusste, der Yogi, der kann seinen Metabolismus, seinen Körpereinstellungen, Herzschlag, Rhythmus und so weiter relativ gut unter Kontrolle bringen. Und den hat man in eine Grube gesetzt, mit einem Teppich und einem Krug Wasser, hat man den reingesetzt, hat den verkabelt, EEG gemacht, und dann hat man gesagt, okay, den lassen wir jetzt da drin. Und dann hat man gesehen, okay, jetzt fängt das Herz an zu flimmern, die ersten 8 Stunden hat das Herz angefangen extrem zu flimmern, 240 Schläge in einer Minute etc. Und dann plötzlich am Morgen des zweiten Tages kam eine Nulllinie. So, jetzt ist er gestorben, Herzschlag, Null. Hat man nachgesehen, alle Kabel sind dran, man wusste angeblich, dass der das kann, also hat man den auch nicht raus aus der Grube und hat das beobachtet. Dann hat man gesehen, die Körpertemperatur sinkt auf 34,8 Grad, also da hätte er eigentlich ersticken müssen, weil keine Hämoglobin mehr im Blut transportiert wird. So, und dann sitzt er da drin, am 8. Tag kommt er wieder raus, dann beginnt er wieder zu zittern, der Herzschlag setzt wieder ein, braucht einen halben Tag mit Glas Milch und so weiter und am Nachmittag ist er wieder völlig normal. Der kann ja nicht nur, man murmelt hier, dass er den Herzschlag verlangsamt ist, sondern auch auf Nulllinie. Völlig ausschalten. Es gibt ein Experiment im Himalaya von einem Professor Benzen mit seinem Forscherteam, die haben eine Mönche untersucht, die ihre Wäsche trocknen und die haben da oben in dieser Höhe keine Wäsche trocknen, sondern die machen sie so, dass sie Wäsche waschen, machen sie nass, dann ziehen die den Oberkörper blank und hängen die Wäsche um den Oberkörper und erhöhen dann ihre Körpertemperatur um 14,5 Grad. Das heißt, einmal müsst ihr sterben bei 42 Grad schmelzen die weißen Blutkörperchen und dann bist du tot. Die nennen diese Meditationstechnik Sumo und dann trocknet die Wäsche die verdampft an. Auf der umgekehrten Seite haben wir dann den Wim Hof. Da wird ja auch schön dokumentiert, der Wim Hof mit seinen Atmungstechniken. Der kann ja auch im Eis rein sein und letztendlich stundenlang und dieses Eis schmilzt. Genau, also das zeigt, dass diese pathologischen und physikalischen Phänomene dokumentiert werden können und das hier, ich habe zum Beispiel auch mit dem viele Dokumente von dem Dr. Dr. Pater Resch, der für die Kirche, sage ich mal auch, diese ganzen Wunder und Phänomene untersucht und der, da sieht man, der hat zum Beispiel nur von diesen ganzen Phänomenen Büchern, 10.000 Stück, die gerade digitalisiert werden. Da sieht man, wie oft das dokumentiert wird seit den letzten paar hundert Jahren. 10.000 Bücher, nur zu diesen Fällen. Da heißt es, das kommt nicht selten vor, sondern das ist ja die Regel. Aber es ist schon verrückt. Alles, was wir uns nicht erklären können, gibt es nicht. Und aus, fertig, es ist Scharlatanerie, Humbug, Spinner, Aluhutträger, Schwurbler, was, Gott, was, alles, wir kennen doch diese Wörter alle. Und trotzdem gibt es so viele dokumentierte Fälle. Ja, ihr habt so eine Schweißesemilie ein Jahr gehabt, 1947, der sich eben diese Dolche hat durchstechen lassen, ohne dass der verblutet ist oder gestorben ist. Ich glaube, 500 Mal. Im Volkshaus Zürich hat der seine Aufführungen gemacht, kann man im Internet finden, ist öffentlich, diese Videoaufzeichnung von dem, der wurde auch in einem Krankenhaus, wurde der auch durchstochen und dann gerönt. Das ist spannend, oder? Was Menschen alles können, ohne Tricks. Und das zeigt tatsächlich das Bewusstsein. Und wenn auch, es gibt mir natürlich auch diese ganzen psychologischen Phänomene, dass sich Menschen an frühere Leben erinnern können. Da gibt es auch einen ganz interessanten Fall. Ein Mann, er hat immer extreme Träume von Freundschaft und auch von Krieg und so weiter und hat auch die Landschaft etwa gesehen, über Jahre hinweg. Und die Frau hat gesagt, das nervt mich schon so mit deinen Visionen. Jetzt machen wir mal. Und hat gesagt, ich sehe da immer etwas, ich bekomme eine Vision, ich habe einen Freund gehabt und da haben wir einen Krieg begonnen und der war dann auf der anderen Seite und so muss man aufeinander schießen und so weiter und so fort. Und kurz gefasst und er wusste, er hat dann auch einen Abschiedsbrief geschrieben und den hat er irgendwo da in diesem Schützengraben versteckt und dann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir eins, um das zu beenden, jetzt versuchen wir mal diesen Platz zu finden. Und er konnte sich so gut erinnern, dass es in Dolomiten war, sind dann hingefahren, haben den Urlaub gemacht, er hat tatsächlich diese Stelle gefunden, hat auch gegraben und fand diese Dose mit seinem Abschiedsbrief da drin. Das ist verrückt, gell? Boah, da kann man ihn staunen. Da sagst du, Halleluja, jetzt wird das gehen, ne? Gehen wir nochmals zurück zum Anfang, wo wir noch kurz Vollkammer angesprochen haben. Genau. Seine Wiege-Experimente. Klaus Vollkammer hat auch gesagt, wenn man eben einen Menschen im Schlaf wiegt, dann fällt denen sein Gewicht um 650 Gramm und wenn man den aufwiegt, dann springt das und sein Tarn wieder auf die vorherige Gewichtstrümpfe, sagt er, das hat mit Wasserverlust oder sowas gar nichts zu tun, sagt er, offensichtlich dockt hier etwas ab, das feinstofflich ist und nicht so schwer ist. Eine Sprache von der Seele oder von diesem Teil, den wir vielleicht verwenden, wenn wir nachts in den Träumen unterwegs sind. Das ist schon spannend. Aber wenn man dann mit anderen Wissenschaftlern diese Dinge diskutieren will, dann wird das negiert und heißt, brauchen wir nicht messen, gibt es nicht. Ganz einfach. Ich wollte mal mit einem berühmten Gehirnforscher in Deutschland über diese Themen sprechen. Er hat gesagt, nee, hier ist die Seite für alternative Weltbilder, da können Sie diskutieren. Nein. Ich habe einen Bekannten, er ist selbst Professor, Professor Popkes in Hamburg, Professor für frühchristliche Geschichte, wo er auch diese ganzen Fälle der Nahtod, weil Plato war schon ein Fall beschrieben von Soldaten, der Nahtoderfahrung hat, etc., und versucht, das Ganze einzuordnen über die Geschichte. Selbst der, der sagt, ich weiß, auch der eigene Erfahrung, dass hier mir unser Bewusstsein nicht vom Körper erzeugt wird, der kann mit einem Professor-Kollegen, der mahtalistisch denkt, gar nicht sprechen. Ich sage, nein, ich gebe dir keinen Termin. Da hat der selber einen Lehrstuhl. so groß scheint die Angst zu sein. Ich verstehe das auch, wenn ich als Professor lehre wie das Gehirn, ich weiß ja, welche Teile für was zuständig sind, und da muss ich irgendwann nach 50 Jahren Lehrzeit am Universität plötzlich zugeben, ich habe mein Leben lang was Falsches erzählt, das macht doch keiner freiwillig. Glaube ich nicht. Und generell das Thema letztendlich zu outen kann natürlich zur wirklichen Diskreditierung führen. Ja, ich habe einen Professor, er ist auch ganz spannend, wenn man zum Beispiel im Leben nach dem Tod, kommen wir zu den Jenseitskontakten noch. Das ist der Professor Oliver Lassau. Der hatte selber ein mystisches Erlebnis. Das ist relativ umfangreich. Und aufgrund von diesem Erlebnis begann er wissenschaftlich eine Jenseitskontakte zu dokumentieren. Er hat Blindstudien gemacht, Doppelblindstudien gemacht, mit 500 Sitzungen an mehreren Medien. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Jenseits der Materie. Die IREAM-Studie, glaube ich, heißt das. IREAM-Studie, genau, IREAM-Studie heißt die. Und er hat gesagt, ich kann hier mit wissenschaftlichen Methoden tatsächlich beweisen, dass wir mit dem Verstorbenen noch kommunizieren können. Weil hier Informationen kommen, die keiner gewusst hat. Das hat er, glaube ich, letztendlich ein paar Jahre jetzt gemacht. Er ist praktisch auch vom Saulus zum Paulus geworden. Er hat auch Medizin studiert, Physik studiert, hat eigentlich einen Lehrstuhl für Informatik und hat dieses Erlebnis und hat gesagt, jetzt muss ich den Dingen auf den Grund gehen und es ist natürlich zu den gleichen Ergebnissen. Das Interessante ist ja, wenn sich die Wissenschaftler tatsächlich mit diesen Dingen einlassen und sagen, okay, ich schaue mir das einmal genauer an, dann kommen sie alles zum gleichen Ergebnis. Das ist natürlich und darum, glaube ich, ist das irgendwie noch gar nicht so richtig. Aber weißt du, auch die ganz großen Physiker der Welt wie Heisenberg oder Einstein, die haben letztendlich in ihren Zitaten aktive Einblicke ins Universum preisgegeben, die letztendlich auch wieder sagen, letztendlich gibt es vielleicht, muss man das Ganze vielleicht doch Gott nennen. Ja, ja, also letztendlich ist es nichts anderes als eine Schöpfung. Diese Schöpfung, die sagt, okay, ich möchte mich selbst erfahren und dafür mache ich viele Spieleumgebungen, damit man hier, wenn man ewig lebt, auch viel zu tun hat und viel lernen kann. Aber die Sprache, das waren tatsächlich die Urväter der Quantenphysik. Aber danach, wie jetzt, die haben wieder begonnen mit der Newton-Mechanischen Sprache zu sprechen. Die sprechen wieder von Elementarteilchen, die sprechen wieder von solchen Dingen. Wobei sie genau wissen, dass sie es eigentlich gar nicht gibt. Es gibt eine Energiepakete. Das ist doch irre. Um hier irgendwo, das war denen irgendwie nicht mehr greifbar, haben gesagt, nee, das war ihnen zu esoterisch oder wie auch immer. Aber wenn die Welt eben so ist, dann kann ich nicht sagen, jetzt machen wir es aber zwangsweise materiell. Aber für die Zuseher ist natürlich das wichtig, dass man sagt, aha, ich weiß, weil die Erkenntnisse aus dieser Arbeit ist ja eins, ich komme hierher und bringe Talente mit, die ich zum Ausdruck bringen will. Also ich habe tatsächlich einen Lebensplan. Bestimmte Dinge, die ich lernen darf, diese Erfahrungen in Liebe zu lösen. Wenn ich es hier in diesem Leben nicht schaffe, mache ich es im nächsten. Das heißt, wir werden hier nicht per Zufall geboren oder ein Leben einleben und dann ist alles vorbei und ich muss versuchen, über Transhumanismus versuchen, alle Teile auszutauschen, damit dieser Biokontainer möglichst lange überlebt. Macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich gehe raus aus dem Spiel und schaue mir den Lebensrückblick an und sage, okay, das war gut, also nicht so gut, lerne ich das auf der gleichen Ebene oder gehe auf einer anderen Ebene, um das zu lernen. Einer der, den ich fast als Pflichtlektüre in den Schulen einführen würde, ist der Jürgen Zieve. Sensationeller Mann. Jürgen Zieve ist in der Zeit 75 knapp, hat in Hamburg Kunst studiert und 1969 dann verheiratet nach England gegangen und hatte aber eigentlich, ja, zur Zeit der Zeit so ein bisschen eine Depressionsphase und ein bisschen eine niedergeschlagene Phase und ein Freund hat ihm empfohlen, er soll doch bitte mal Meditation probieren, vielleicht hilft ihm das, aus dieser Krise zu kommen. Das hat er gemacht und hat während dieser Meditation sofort, oder relativ schnell seine erste außerkörperliche Erfahrung gemacht. Klar, aber zu diesem Zeitpunkt wusste man dann gar nichts. Das Buch von, von von ersten außerkörperlichen Erfahrungen von Bob Monroe ist erst 71, glaube ich, erschienen. Also hat er ein bisschen gebraucht, überhaupt festzustellen, was passiert da überhaupt mit mir. Und im Laufe der ersten paar Jahre hat er das, sagen ich mal, kultiviert und konnte das relativ gut eine, sagen ich mal, Außerkörperlichkeit in einem Traum, einen luziden Traum und diesen Trauminhalt aufzulösen und wusste dann, ach, jetzt bin ich in einer anderen Realitätsebene. Und das hat er dann auch in fünf Büchern verfasst. Er nennt sich selbst den Multidimensionsmann und sagt, ich bin da in diesen Realitätsebene unterwegs wie ein Reporter und sagt, wo bin ich hier, was ist das für eine Realität, was macht es hier, was kocht es hier, was esst du hier, was arbeitet es hier, wie schaut die Architektur aus, etc. weil er sagt, es gibt unzählige Realitäten, die genauso physisch sind, wie hier, aber alle anders ausschauen. Und Menschen, die verstorben sind, vielleicht gar nicht wissen, dass sie verstorben sind. Der trifft seinen verstorbenen Freund, der ist an Krebs gestorben. Und er sagt, der Mensch, Jürgen, schön, dass ich dich wieder sehe, war mir eine Zeit lang gar nicht so gut beieinander, aber jetzt geht es mir wieder besser. Der wusste gar nicht, dass er schon in einer anderen Realitätsebene ist und so weiter. Und das schreibt er zusammen und bringt es in Büchern raus. Und das ist eine unglaubliche Wissensschatz, was hier alles möglich ist, was hier. Er kann zwar nie sagen, welche Ebene, dass er rauskommt, in welchem Spiel, aber er weiß, es gibt auch zwei, die sind noch etwas finsterer, wenn wir es einmal so sagen, dass früher die Kirche gesagt, Hölle oder Fegefeuer. Das ist tatsächlich so, weil es bestraft uns ja niemand, wenn wir verstorben sind, sondern wir sehen ja das selber, was wir getan haben, indem wir einen Lebensrückblick bekommen und sehen, oh, diese Handlung war nicht so gut, die Handlung war besser. Und wenn du, so meinst du, du musst ein bisschen, ja, aggressiver oder wie auch immer unterwegs sein, da kommst du auch natürlich in Bereiche rein, in Realitäten, die halt nauter Seuche sind. Da könntest du es dann untereinander austragen, bis die dann spannen oder erkennen, naja, vielleicht wäre der liebevolle Weg doch besser, als wir permanent den anderen hier ins Köpflein reinschlagen. Aber da braucht es einen gewissen Erkenntnisstand. Es kommen, in jeder dieser Ebene kommen sogenannte Guides, Führer, die sagen, okay, du, wenn du das machen würdest oder wie schaut es aus, hast du ein bisschen was gelernt, etc. Und so hat man die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und dann verändert man auch die Inkarnation und die Spielumgebung, wo man drin ist, wo man lernen kann. Also grob zusammengefasst. Mega. Das ganze Gespräch geht einem richtig ins Herz und es fühlt sich doch einfach gut an. Und wenn ich wieder beginne mit deinem Zitat von dir, leider leben wir nur einmal, aber dafür ewig, im positiven Sinne, und alle diese Beispiele hören, dann kriegt man vielleicht wirklich ein Verständnis darüber, was der Mensch wirklich ist und dass das einfach wirklich nur vielleicht ein Gefährte ist, der uns temporär transportiert. Ich danke dir ganz herzlich für diese ganz großartige Sendung. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich, dass wir da damit etwas von dieser Illusion Tod eigentlich verändern konnten oder etwas anderes darstellen durften oder einfach mal sich damit zu beschäftigen, mit diesem Thema über Reinkarnation oder eben über alle diese Erfahrungen. Da muss ich noch eine Klammer machen. Hast du auch einen Dokumentarfilm darüber gemacht? Spiegelbestseller. Spiegelbestseller. Oh, das war nicht geblendet. Großartig. Also eben, man beschäftigt sich gerne damit, man schaut sich das gerne an, aber wir reden nicht darüber. Super. Alles Gute, reden Sie darüber, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.